Hallo ihr Lieben, ich bin soeben im Garten angekommen. Es gibt einiges zu zeigen, einiges zu berichten, nicht nur hier, auch zu Hause. Also bleibt dran. Werde euch zeigen, wie es jetzt mittlerweile im Garten aussieht. Es hat sich ein bisschen was getan, ist auf jeden Fall zeigenswert. Ich habe neue Erfahrungen gesammelt, war fleißig auch mit dem Sven zusammen. Wer mich bei Instagram verfolgt, hat das auch schon ein bisschen mitgekriegt. Außerdem gibt es neue Spermischätze und ich werde euch zeigen, wie das zu Hause bei mir aussieht, denn ich habe mit der Pflanzenanzug begonnen. Außerdem habe ich einiges an Post bekommen und dazu aber später mehr. Also, ich lege los hier im Garten. Ein kleiner Gartenrundgang. Was hat sich getan? Was hat zu mir gefunden? Und ja, etwas Negatives gibt es auch zu berichten. Wir hatten hier in der Kolonie an verschiedenen Stellen Vandalismus. War nicht so lustig, gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Aber mich hat es dann auch erwischt, allerdings schon ein paar Tage vorher. Bei mir wurde was geklaut. Ich habe ja von dem lieben Momo gegenüber, der Momo mit seinen Tauben, wer ihn noch nicht kennt. Ich werde euch das mal oben rechts verlinken. Ganz lieber, herzlicher Mensch, total toll. Aber ich freue mich, dass ich den auf jeden Fall gleich schräg gegenüber habe. Wir verstehen uns auf jeden Fall bestens. Gut, dann will ich nicht weiter rumpelabern, sondern direkt zeigen, was hier alles so los ist. Direkt vor mir ist ja das Grassodenbeet, was ich angefangen habe. Sven hat auch mitgewirkt und darum geht es letztendlich. Sven hat ja Knoblauch in den Boden gebracht. Wir haben Knoblauch gesteckt. Einmal rund um die Erdbeeren. Ich stehe gerade davor. Darum geht es. Wir haben hier. Da guckt der Knoblauch raus. Da wird was rausgucken. Ich glaube, hier war Schluss. Wir haben nur bis hier gemacht. Aber wir haben hier schon alle gesehen, dass sie rauskommen. Da kommt einer. Da kommt einer. Da und so weiter. Für die, die Knoblauch schon anbauen, die kennen das natürlich. Ich freue mich auf jeden Fall, weil wir haben lange Zeit gewartet. Hier vorne dann auch überall noch Knoblauch und Zwiebeln drin. Die kommen auch überall. An anderer Stelle. Hier genau das Gleiche. Das ist ein Tortenbeet. Wer gerade nicht mitkam. Da vorne war ich gerade. Also da. Da. Und jetzt sind wir hier beim Tortenbeet. Ich bin mal gesprungen, habe Pause gedrückt. Hier geht es jetzt weiter. Zwiebeln, Knoblauch, auch alles Mögliche. Ich habe mir nicht gemerkt, wo was ist, aber das wird sich ja nachher zeigen. Bei uns im Norden ist erst seit kurzem Schnee. Ganz Deutschland schon immer mitgekriegt. Schnee, Schnee, Schnee. Hier hat er nun auch hergefunden seit einigen Tagen und gerade so die Minusgrade. Ich erfreue mich sehr daran. Ich nehme das Wetter so, wie es kommt und erfreue und erfreue mich daran. Und dann, was ganz, ganz Tolles, Großes passiert ist, wer gerade aufgepasst hat beim Schwenker, ist ein selbstdüngendes Beet. Wer das nicht mitbekommen hat, oben rechts einmal raufklicken, studieren. Es lohnt sich. Ein super geiles Beetkonzept. Und ich taste mich ran. Es ist noch nicht fertig, aber zeigenswert an dieser Stelle. So sieht das jetzt aus. Hat auf dieser Seite jetzt auch eine Mauer gekriegt. Ein Beetrand. Das hier ist alles höher geworden. Ja, und weiter mit Erde befüllt. Umgegraben. Das sieht richtig gut aus von der Erde. Das Ganze hat hier auch noch ein bisschen was mehr gekriegt. Aber was das alles auf sich hat, das dann, wie gesagt, in einem separaten Video direkt oder konkret um das Keyhole Bild. Ich habe dann mehr Teileier gemacht. Gut, Gartenrundgangsmäßig hier vorne bin ich fertig. Da passiert nicht so viel. Ja, klar. Ich werde die Beete weiter vorbereiten, solange es das Wetter zulässt. Im Moment ist Fangspause. Ja, und ganz toll hier vorne. Supp, supp, supp. Ich mache mal einen langen Schuh. Und zwar erinnert ihr euch? Apfelbaum, Hochbeet. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Ich habe ein Hochbeet angelegt. Verlinke ich euch auch mal gleich oben rechts. Da geht es um das Prinzip Leben bringt Leben von Herrn Pommeresche. Ganz tolle Sache. Und ja, im Herbst habe ich hier noch ein bisschen was reingebracht. Und zwar Salat und Radieschen. Vorne im Tortenbeet vielleicht vorhin auch schon zu sehen gewesen. Da ist es natürlich vorbei. Hier aber habe ich das versucht zu schützen. Und wenn ihr mal guckt, da ist auf jeden Fall noch grün. So, ich zeige euch jetzt mal. Ich halte euch da mal rein. Ich selber komme da jetzt nicht so ran. Aber wie ihr sehen könnt, es grünt, es grünt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber es ist schon zu erkennen jetzt, dass auch da die obere Schicht fröstelig wird. Deswegen mal gucken, wie lange sich das noch hält. Das Ganze war natürlich sehr optimistisch. Aber versucht, macht klug. Und so kriege ich ein Gefühl dafür, wann ich was irgendwie noch machen kann. Und wie es meinen Pflanzen geht. Ich finde das super. Und ich werde das auch weiter so verfolgen. Gut. Dann habe ich erzählt, es haben noch ein paar Sachen zu mir im Garten gefunden. Das wäre dann einmal... Ja gut, das ist in den letzten zwei Tagen passiert. Ich habe nämlich ein paar Fässer abgegriffen. Das ist super geil, weil ich werde hier natürlich auch effektive Mikroorganismen weiter brauchen. Und die kann man sich selbst vermehren. Man muss das nicht immer kaufen. Mal als Beispiel. Bei uns gibt es einen Laden, da kosten effektive Mikroorganismen das, was ich bisher benutzt habe, 30 Euro ein Liter Fläschchen. Wenn man sich online umguckt, gibt es das auch für 3 Euro plus Versand. Und wenn man diese 3 Euro Fläschchen sich holt, kann man daraus letztendlich wieder mehr effektive Mikroorganismen herstellen, beziehungsweise sie sich vermehren lassen. Und dafür braucht man das, was jetzt hier vor mir steht. Ich war in Flensburg am Wochenende oder verlängertem Wochenende. Und als ich nach Husum getrampt bin und dann zu Fuß auf dem Rückweg war, ohne diesen Weg hätte es das nämlich nicht gegeben. Ich wäre da nicht darauf gestoßen. Bin ich auf Kanister gestoßen, die am Wegesrand standen. Und ja, da habe ich mir welche mitgenommen. Einer steht zu Hause, drei stehen hier. Ja, ich rede zu viel, ich weiß. Lars, zeig doch mal, was du da geholt hast. Zack, darum geht es. Das sind, ja, ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, 20 bis 30 Liter Kanister. Also da werde ich mir richtig schön was anmischen können. Und für andere Zwecke wird das dann auch so seinen Sinn finden. Ich finde es gut, die sind bei mir. Zum Thema Plastik, ich bin nicht so Plastik-Fan. Aber die letzte Zeit habe ich dann doch schon ganz viel darüber nachgedacht. Und es gibt halt so Sachen, da kommst du nicht drum rum. Also man muss auch die Verhältnismäßigkeit wahren. Ich versuche es zu vermeiden, so gut es geht. Und solange ich für solche Sachen dann halt keine andere Lösung habe, ist das dann erstmal so ein sinnvoller Weg. Gut, gehen wir mal rüber. Ich stelle euch mal auf, weil jetzt brauche ich zwei Hände für die Geschichte. So, zack, zack. Na, bleib doch mal stehen da. Gut. Ich denke, das könnt ihr ganz gut erkennen. Das sind Tischplatten. Waren wohl montiert, hier solche Stehtische oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf dem Sperrmüll gefunden, beziehungsweise vor ein Haus gestellt, zu verschenken. Ich sage ja immer Augen offen halten. Und das lässt sich, das ist super massiv. Aua. Nein, Spaß. Ich, die sind massiv, die sind schwer. Und davon habe ich ganze neun Stück abgegrast. Dabei könnt ihr mir übrigens helfen. Ich habe bisher noch keine Idee, wofür ich das verwenden werde. Ja gut, also ein paar natürlich schon, aber nichts Konkretes. Wenn ihr da noch Ideen habt, schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Dafür wäre ich sehr dankbar. Ihr könnt da bestimmt bei mir was antriggern. Ja, und euch beteiligen. Letztendlich, wo das Ganze dann nachher hinfindet. Dann an gleicher Stelle, weiß nicht wie die heißen, diese Platten. MDF ist das glaube ich nicht. Da kenne ich mich einfach nicht so aus, aber wenn ihr mal guckt. Ups. Ast rein. Also richtig toll. Drei Platten davon standen halt auch dabei. Die habe ich dann auch direkt mit nach Hause genommen. Beziehungsweise vielen Dank, Moran. Wir haben das ja alles hierher transportiert. So, jetzt wird es langsam kalt an den Pfoten. Habe ich das schon erwähnt. Minus vier Grad, minus vier Grad. Kommen wir mal an die Pötte. Hier bin ich jetzt fast fertig. Und ich wollte noch schnell mal fertig werden. Und zwar, uh, der wird gut benutzt. Ich ticke jetzt gerade mal hoch. Wieso liegt denn hier eine Rakete? Die vorher nicht da lag. Naja, muss ich mitmachen können. Okay. Ich gehe gerade hoch. In meiner Chill-Ecke hinten rum. Gibt es einen kleinen Weg. Und ich habe hier ja einen. Jetzt verschwinde ich mal wieder aus dem Bild, weil es geht um. Da oben hängt, ja, der Kasten von den Blaumeisen. Und damit die auch ein bisschen was haben, haben wir hier einen Meisenring. Ihr könnt das gar nicht sehen. Ich kraxe mal hoch. Mit einer Hand gar nicht so leicht. Aber der Guide. Ups. Da fröstelt auch schon. Aber die Vögel haben es angenommen. Madeleine. Ganz toll gemacht. Vielen Dank an den Permahof. Von denen habe ich nämlich Post gekriegt. Bei Instagram habe ich da schon gepostet, was da alles drin war. Von Saatgut und dieser Meisenring. Und Marmelade. Und Kerzen selbst gegossen. Und so weiter und so fort. Ich habe mich mega gefreut. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ich glaube, die Meisen, die würden dich auch bei euch bedanken für diesen tollen Meisenring. Und ich denke mal, andere Vögel werden natürlich auch dran knabbern. Mal gucken. Jetzt werde ich die gar nicht mal länger stressen. Weil die sind halt hier neben mir drin. Ja. Gut. Für mich geht es jetzt wieder runter. Oder schauen wir doch mal einfach, wie es zu Hause aussieht. Ob ich schon Post geholt habe. Wie es mit den Pflänzchen so aussieht. Und was ich sonst noch so zu erzählen habe und zu zeigen habe. Okay. Auf geht's. Nach Hause. Gut. Wir sind bei mir zu Hause. Ich habe ein Paket gekriegt. Ein Überraschungspaket von den Waldgeistern. die ich euch auch im letzten Video verlinkt habe. In diesem Moment mache ich das gleich mal auch oben rechts. Vielen lieben Dank. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe das nur so ein bisschen vorbereitet, damit hier Adressdaten und so natürlich alle nicht zu sehen sind. Okay. Schauen wir mal, was da so drin ist. Das ist auf jeden Fall ordentlich am Klappern gewesen, als ich auf dem Weg nach Hause war. Gerade mit dem Fahrrad. Ich musste schieben. Ja. Wie sehen könnt. Wie heißt das noch? Moment, damit ich auch gleich den richtigen Namen denke. Ich habe die Post ja schon gelesen. Das ist ein Holzvergaser. Ja, mega gut. Wow. Guckt mal. Ist das nicht geil? Was das Ganze noch auf sich hat, das werde ich auf jeden Fall in einer anderen Folge noch mal aufgreifen. Ja, man kann auf jeden Fall kochen und man kann für die Thera Preta Holz-Pflanzenkohle, obwohl doch ja natürlich Pflanzenkohle herstellen. Und ja, mega geil. Ich freue mich. Da hat auf jeden Fall jemand gebastelt. Ich denke mal, der Daniel war das. Ja, mega cool. Ich freue mich. Das ist echt toll. Ich habe das nämlich bei Natürliches Leben gesehen und fand das Ding echt geil und jetzt hat mich so ein Teil selber erreicht. Ich freue mich wirklich sehr. Also, freut mich sehr, dass euch mein Projekt gefällt. Für mich seid ihr ja so einer der größten Informationsquellen, könnte man schon fast sagen. Ich gucke euch ja so gerne und ihr habt so viel Fachwissen dabei und krass. Wow. Ich freue mich. Ich kann das noch gar nicht in Worte fassen hier. Unboxing, Pflanzlampe. Ich hatte ja das Ding hier gewonnen und leider hat das nach dem zweiten Tag den Geist aufgegeben, wodurch ich das nun nicht mehr weiter benutzen konnte. Ein Stück weiter sind schon meine Pflänzchen, die ich so ja, ich habe Samenboden gebracht. Ganz toll. Und wie ihr sehen könnt, da passiert auch schon was. Ich gehe mal näher ran. Hier sind auf jeden Fall Pflänzchen rausgekommen. Wie ich das Ganze hier angestellt habe. Ich habe mir ein Backblech besorgt von einem der ganz, ganz günstigen Läden. Das war so ein Weihnachtsbackblech. Hat vorher wohl 5 Euro gekostet. Runde auf 2 habe ich mir mitgenommen und dann habe ich mir Klorollen vorab schon gesammelt, die dann halbiert. Mir ein eigenes Substrat angemünscht, also die Pflanzenerde. Ich will jetzt nicht sagen, das ist hier der nachhaltige Weg, aber ich entwickle mich ja dahin. Und so wie ich das jetzt bisher gemacht habe, gefällt mir das ganz gut. Ich hatte mir Kokoserde aus dem Bioladen geholt, schon vor einem Monat oder so. Die lagen dann hier. Da wollte ich auf jeden Fall was draus machen. Eigentlich mit Mauerwurfshübelerde und noch ein paar andere Sachen wollte ich reinbringen. Jetzt ist das nur Kokoserde, Urgesteinsmehl. Ich hatte Thera-Präte-Einstreu von Bokashi genommen. Bokashi hat ja hierher gefunden. Und was fehlt noch? Was fehlt noch? Effektive Mikroorganismen. Gar keine Frage. Habe ich jetzt noch was vergessen? Moment, Moment. Nee, ich meine, das war das. Na gut. Wie ihr sehen könnt, hier vorne, das sind vier Pflänzchen und ich will euch mal zeigen, was ich denn überhaupt da reingebracht habe. Hier könnt ihr das sehen. Ich habe mir das ein bisschen eingeteilt. Wir haben insgesamt 40 Möglichkeiten für die Anzucht. Also 40 halbe Klorollen sind dann hier drin mit Erde. Ich habe gerade das Ganze umgedreht, weil es dann passend zu dem ist, was ich auf den Zettel geschrieben habe. Und zwar angefangen habe ich letzte Woche am 16. Januar. Da steht es auch nochmal Kokos, Urmehl, Urgesteinsmehl, Terra, Preta, Streu und EM. Dann habe ich das hier so aufgeteilt. Unten die Zahlen dazu. Und manchmal gab es nur eine Saat oder ich musste das ein bisschen strecken und dementsprechend habe ich das markiert. Ja, wir haben hier Paprika, verschiedene Sorten, Jalapeño, Chilis, Fusalis und Kohlrabi. Das ist alles Saatgut, was ich zugeschickt bekommen habe. Ich hatte nochmal Glück, habe Saatgut gewonnen bei Permaglück. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ganz toll. Das ist perfekt, weil das hat alles super zusammengepasst und super zu mir gefunden, sodass ich jetzt bis auf ein, zwei Sachen kein Saatgut mehr kaufen muss. Und das spielt mir natürlich voll in die Karten, könnte man sagen. Kommt mir natürlich sehr entgegen. Ich habe es ja nicht so dicke. Und ja, jetzt kann ich das eigentlich schon mal abhaken und habe da keine Extrakosten. Und letztendlich ist das ja auch so eine Sache, Saatgut lässt sich vermehren oder wieder gewinnen, sagen wir mal so. Und das werde ich auch so weiter verfolgen. Ich habe auch viel, viel, viel mehr noch geschickt gekriegt. Also nicht nur Permaglück, hier, sondern auch vom Permahof. An dieser Stelle vielen Dank an die vier Bewohner des Permahofes. Ich hatte damit den Medienkontakt, die mir das zugeschickt hat und das Paket fertig gemacht hat. Ganz toll. Ihr habt das im Garten gerade auch gesehen. Der Meisenring war auch von denen. Was wir also sehen können, ist eine Paprikasorte und da seht ihr zwei in der Mitte. So kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Da, die kommen dann auch aus dem Boden. Sonst ist noch nichts zu sehen. Einfach mal abwarten. Bin aber ganz zufrieden. Ich habe mir sagen lassen, dass das keine gute Idee ist und das mit diesen Klorollen schimmeln kann. Ihr wisst ja, ich teste, ich probiere aus und genau das werde ich verfolgen und euch berichten. Wenn ich Pech habe, fange ich halt in einem Monat nochmal an, auf andere Art und Weise oder in zwei Wochen wie auch immer. meine Frage an euch. Wie haltet ihr das eigentlich? Seid ihr schon am Anziehen oder erwartet ihr? Seid ihr geduldige Anzieher von jungen Pflanzen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das bitte mal unten in die Kommentare. Ich habe jetzt schon angefangen, weil ich habe beide Seiten gehört, auch zu der Erde. Reichhaltig, nicht reichhaltig. Das würde mich total interessieren, wie ihr das handhabt und wie eure Erfahrungen dazu sind. Ich werde sie weiter über die Videos transportieren, wie ich das alles so wuppe, was für verschiedene Möglichkeiten ich angehe und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da in der Zukunft kommt. Ja, außerdem habe ich in der Küche noch ein bisschen was stehen. Ich schwenke mal rüber. Da sind wir auch schon da und zwar habe ich hier Micro Greens. Das trocknet schon ein bisschen aus. Das möchte ich einsprühen und und zwar und auch Ingwer. Verschiedenste Varianten, ob das so Sinn macht oder nicht, wird sich dann zeigen. Ich wollte einfach mal probieren, habe die verschiedenen auseinandergeschnitten und mal gucken, wie dann da sich das entwickelt und wie das wächst oder nicht wächst. Hier werde ich auf jeden Fall auch berichten. Ja, was haben wir hier vorne drin? Da haben wir, ich habe schon mal Sprossen gezogen und ich fand das so geil und mir hat das aber die Variante, die ich da ausprobiert hatte, nicht gefallen. Habe aber gestern schon erfahren, da gibt es noch andere, bessere. Hier habe ich drin Kichererbsen, Chiasamen, Sesamsamen, keine Ahnung, ob das damit geht und dann hatte ich noch was, da konnte ich nicht zuordnen, was das ist. So, keine Ahnung, die sind jetzt auch weiß geworden. Kann man schon mal sehen, ob irgendwo was kommt? Nö. Ja, ich muss freudig warten, das ist erst seit vorgestern so und alles andere zeigt die Zukunft. Hier habe ich noch Glücksklee, das ist so eine Neujahrtspflanze, das ist also so ein kleiner Verkaufsgag, aber ich fand das toll und das Ding hat einen Euro gekostet mit diesem kleinen Töpfchen bei. Das hat angefangen zu schimmeln, dann habe ich die Erde ausgetauscht, nochmal mit meinem Substrat hinterher, also inklusive effektive Mikroorganismen, die ja auch bei Schimmel und Pilzen und so weiter irgendwie glaube ich wirkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist noch ein recht komplexes, das kann ich noch nicht, das sind gefährliche Hype-Weisheiten, lasse ich mal einfach so stehen, recherchiert das selber, auf jeden Fall hilft das und ja, warten wir mal ab, was hier so kommt. Dann habe ich noch echt tolle Saatgutgeschicke gekriegt, vielen Dank an die Maria, die hat mir mega mit Tomatensorten weitergeholfen und ich habe da schon so viel Spaß angehabt, mich da dran zu erfreuen. Hier könnt ihr das sehen, jede, jede, jede Menge Saatgutmöglichkeiten für Tomaten, das sind 26 Sorten oder so gewesen, ich will jetzt noch mal extra nachzählen, vom Permahof, hat sie auch noch die Schokotomate hierher gefunden und so weiter und so fort, liebevoll verpackt, da sind auch noch eigenes Saatgut, da an der Schrift rechts unten, das ist auf jeden Fall von Permaglück, den Gewinn, den ich da habe, vom Adventskalender, von der Adventskalender-Auslosung, ja, und wie ihr sehen könnt, ohne Ende Saatgut, das habe ich hier schön eingepackt, dann habe ich auch hier noch in den Sachen, da könnt ihr sehen, da sind auch noch tolle Sachen, die waren zu dick jetzt für die, diese Hüllen, die ich da habe, ja, und dann habe ich natürlich hier auch noch Sachen drin, was war hier, ach so, das war hier, das sind so Sachen, die ich eigentlich nachher nicht mehr haben möchte, weil ich den Anbieter einfach nicht unterstützen möchte, wenn ich alles so richtig verstanden habe, ja, aber das soll jeder für sich selber entscheiden, ich möchte hier euch jetzt nichts vorleben, das hat jetzt nur mit meinem Sortiersystem zu tun, und ja, hier sind auch noch ganz tolle Sachen, ja, wie ihr sehen könnt, dann habe ich ja noch eigenes Saatgut gesammelt, vom Straßenrand, und ja, weiß einer von euch, was das hier ist, und ja, das war es eigentlich, also jede Menge Blumensachen, jede Menge Bio-Saatgut, auch ganz viel, super, super viel Saatgut mit, also von richtig guter Qualität, sehr nachhaltig, sahnfest, ich bin gespannt auf diese ganzen Tomaten, und ich habe so Bock, ich werde, ich werde, ich werde da richtig was anbauen, ja, ich kann es, ja, ist auf jeden Fall hier, das sind meine Schätze, ja, geht das jetzt auch wieder zu, ah ne, zu kann ich nicht machen, immer noch Schleichwerbung für was anderes, weil hier oben auf dem Holzkasten ist was aufgedruckt, das wäre so eine Schleichwerbung, ja. Gut, das soll es auch schon gewesen sein, hier aus meiner Wohnung, geht zurück in den Garten. Das war es jetzt auch, ich möchte schon mal vorankündigen, für alle, die zu Hause Efeu haben, oder, ja, das eher als nerviges Gewächs ansehen, es gibt was ganz Tolles, was man mit Efeu machen kann, da werde ich aber jetzt noch nicht mehr verraten, wer es aber wissen will, könnte man auf Instagram stöbern gehen, da habe ich das quasi schon ein bisschen verraten, ja, ich habe hier auf jeden Fall jede Menge davon und ihr könnt gespannt sein, denn dazu wird eine Folge kommen, was absolut Nachhaltiges, ihr könnt Geld sparen und für mich ist das was ganz, ganz Tolles, weil das was Natürliches ist, für das, wofür ich das einsetzen möchte, aber, ach, ich habe schon ein bisschen zu viel verraten. Gut ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt nun aus dem Garten, so, ich hoffe die Folge hat euch gefallen, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und ich sage, tschüss, euer Lars. Drei Platten da vorne, standen auch dabei, ab da nach Hause mit, drei, drei, ja, komm ich zu Pöppel, ja, komm ich zu Pöppel, ja, komm ich zu Pöppel, hier sind wir fast fertig, ich würde es ja nicht so, äh, so, äh, so, äh, so,